Super Leiterauer, Ihre Produktidee ist nicht umsetzbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, okay. Du, morgen öffnete das neue Café in der Stadt und ich wollte fragen, ob ich schon mal zwei Plätze für uns reservieren soll. Ein Café? Ach, ich weiß nicht. Wir sollen so besonders dran sein. Das weiß ich auch nicht. Aber genau darum sollten wir doch mal hin. Außerdem gibt es am Eröffnungstag kostenlos Kuchen zum Café dazu. Aber Sheila, denn Kuchen gibt es ja genau deswegen, um möglichst viele Leute damit anzulocken. Unglaublich, wie viele immer wieder auf diese Masche anspringen. Ach komm schon, Schatz, sei doch nicht immer so. Außerdem waren wir schon lange nicht mehr aus. Morgen Abend um halb sechs, okay? Na ja, gut. Dir zuliebe komme ich mit. Super, ich freue mich. Und reservier dann mal an den Tisch. Tschüss, du machst gut. Danke, du auch. Bis dann. Die Arbeit platziert gerade hier rein. Stellen Sie Ihre Sachen doch ab, dann kommen Sie zu mir ins Führung. Hallo, guten Tag. Tag, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Aber ich sammle Spenden für Kinder in Not aus Rumänien. Hauptsächlich Nahrungsmittel und Schulmaterialien. Ich bin Sozialarbeiterin und gehe nächste Woche persönlich vorbei, um auszuhelfen. Als Gegenleistung verkaufe ich diese selbstgebackene Bio-Kekse. Ich kann Ihnen leider nicht aushelfen. Tut mir leid. Ich würde gerne etwas für die Kinder spenden. Ich habe leider gerade nicht so viel. Es sollte noch für die Getränke reichen. Wie viel kostet denn so eine Tüte mit Keksen? Ja, ich dachte an einer Spende von etwa fünf Euro. Aber Sie können natürlich so viel geben, wie Sie möchten. Warten Sie kurz. Ich habe ja einen 10-Euro-Schein, den ich Ihnen gerne für einen guten Zweck spende. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Vielen Dank für die große, die du gespendet hast. Ja, gerne doch. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich traue der ganzen Sache einfach nicht. Man hat ja gar keine Gewissheit, ob das Geld wirklich für Kinder in Rumänien gespendet wird. Ach Schatz, hast du denn nicht gesehen, wie sie die Kekse mit Liebe gebacken und abgepackt hat? Für was sollte man denn sonst so einen Aufwand betreiben? Gesehen, wie sie die gebacken und abgepackt hat, habe ich nicht. Aber im Prinzip könnte doch jeder solche Kekse backen und für einen angeblich guten Zweck verkaufen. Ach, nun sei doch nicht wieder so skeptisch. Die Frau möchte doch nur etwas Gutes tun und helfen. Also ich finde, sie hat einen ehrlichen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube eher, dass sie das Geld für einen guten Zweck sammelt. Mag ja sein. Ich würde trotzdem nicht jemals auf Anhieb glauben. Was? Was ist das? Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Die Menschen in der Bühne, die rauben nicht mal in Haiti. Ich bin es in allem. Alles Giffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es handelt sich aber hier nicht um das Original. Das wird erst Ende Monat veröffentlicht. Wollt ihr mir helfen? Ihr bekommt natürlich auch einen Double Juice und je 20 Euro. 20 Euro? Davon kann ich mir endlich mal eine neue Figur kaufen. Ich würde echt gerne mithelfen. Ich möchte auch mithelfen. Das freut mich zu hören. Habt ihr morgen nach der Schule Zeit? Ja, wir haben morgen wieder um vier die Schule aus. Na dann sehen wir uns ja morgen wieder. Bis dann und vielen Dank. Bis morgen. Ich hab noch eine sehr wichtig gefüttert euch. Bis dann. 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 Ja, aber vor allem macht es mich skeptisch, dass der Double Juice schon heute verteilt wird. Guten Tag, mein Name ist Petra Schmidt und ich informiere Sie über die neuesten Ereignisse des letzten Tages. Es stellte sich heraus, dass Betroffene, die den Double Juice zu sich nahmen, circa sechs Stunden nach Einnahme alle an denselben Symptomen litten und daran verstarben. Der Firmenchef der Firma Frugo wurde heute Morgen festgenommen. Er behauptet aber, nichts mit den Produktmustern des Double Juice zu tun zu haben und versicherte, dass es sich um eine Fälschung handeln muss. Unter den Toten befindet sich auch ein Kind. Es wurde festgestellt, dass zwei verschiedene Double Juice-Varianten verteilt wurden, eines für Kinder und eine Standardversion. Des Weiteren wurde festgestellt, dass man in der Standardversion des Double Juice... ... Schiff! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020